Guten Tag, liebe Abonnenten! Ich begrüße Sie auf unserem Kanal. Heute erzähle ich Ihnen von den 6 mächtigsten Frauen der Tierkreiszeichen. Diese Frauen haben immer starke Charaktereigenschaften, werden von Männern gut reagiert und erreichen fast immer ihre Ziele. Nun das erste coolste Sternzeichen in diesem Sex ist der Skorpion. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Ihre Meinung in den Kommentaren zu äußern. Vielen Dank voraus! Skorpionfrau, dominant, stark und zielstrebig Eine Skorpionfrau hat immer die Eigenschaften einer wahren Anführerin. Eine Skorpionfrau erreicht immer ihre Ziele und landet immer ganz oben auf dem Olymp. Wenn sie sich ein Ziel setzt, wird sie es definitiv erreichen, aber es ist schwierig, Beziehungen zu ihr aufzubauen, weil sie mächtig ist. Sie mag es, einen Mann zu kontrollieren. Sie möchte sich im Vergleich zu einem Mann und anderen Frauen stark fühlen. Selbst der stärkste Mann wird es mit einer Skorpionfrau schwer haben. Er wird immer ihren Druck, ihre Durchsetzungsvermögen und ihre Autorität spüren. In einer Beziehung mit einer Skorpionfrau ist es immer sie, die ausnahmenlos alles führt. Aber dank ihr wird ein Mann im Leben und in seiner Karriere erfolgreich sein, weil sie alles in ihrer Macht stehende tun wird. Sie braucht einen Mann, der stark und vor allem ihrer würdig ist. Widerfrau Eine wirklich starke Führungskraft Die Widerfrau ist genauso mächtig und stark wie die Skorpionfrau. In Beziehungen zu einem Mann wird sie immer eine Führungspersönlichkeit sein. Ein Mann wird ihr immer ausnahmlos in allen gehorchen und wird immer ihre Richtigkeit in allen Angelegenheiten und Streitigkeiten anerkennen müssen. In Beziehungen ist sie zu 100% führend. Aber die Widerfrau ist auch sehr schlau. Sie wird einen Mann nicht so führen, dass er es versteht. Ihr Mann wird denken, dass er alles verwaltet. Er versteht nicht einmal, dass alle seine Verdienste ihr, der Widerfrau, gehören. Im beruflichen Bereich kann eine Widerfrau unglaubliche Erfolge erzielen. Sie kann eine gute Führungskraft, Geschäftsfrau, Forscherin, Finanzierin oder Ökonomin werden. Selbst der schwierigste Beruf liegt in der Macht einer Widerfrau. Schützefrau Herrsch süchtig und gerissen Die Schützefrau gehört zu den drei mächtigsten Frauen der Sternzeichen. Dennoch im Gegensatz zu Skorpion und Wider ist die Schützefrau noch mehr schlau. Und sie erzielt die wichtigsten Erfolge in ihrem Leben nicht mit der Ausdauer und Entschlossenheit, sondern mit der Hilfe von Helligkeit und Freundlichkeit. In jedem Unternehmen unter allen Menschen wird eine Schützefrau immer die Glückste sein. Und es sind genau diese Charakterzüge, die es ihr ermöglichen, über Menschen zu herrschen und sie zu kontrollieren. Aber eine Schützefrau wird anderen Menschen keine Anweisungen mit einer unhofflichen Stimme und frechen Worten geben. Sie ist schlau und wird noch betrügerische Manövren anwenden, um Menschen zu kontrollieren. Beziehungen und Liebe zu einer solchen Frau aufzubauen, ist nicht einfach, denn kein Mann kann sie an sich binden. Die Schützefrau schätzt die Freiheit. Ein Mann muss ihr gehorchen, wenn er eine Beziehung mit ihr will. Steinbockfrau Herrschsüchtige Karrieristin Steinbockfrau ist echte Karrieristin. Sie erreicht immer ihre Ziele, wird erfolgreich angesehene Frau. Für ihr Ziel wird eine Steinbockfrau große Anstrengungen unternehmen, alle Schwierigkeiten überwinden und alle Probleme lösen. Es ist schwierig, Beziehungen zu solcher Frau aufzubauen, weil sie strebt, alles zu kontrollieren. Der geliebte Mann der Steinbockfrau wird ihr in allem gehorchen. Und sie lässt sich nicht lögen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten Beziehungen zwischen starken Männern und Steinbockfrauen in den ersten Monaten zusammenbrechen. Lobefrau Diese Frau wird jeden erobern. Eine Frau des Sternzeichens Lobe wird immer neben einem starken Mann stehen. Die Lobefrau braucht einen erfolgreichen, aber kontrollierten Mann. Diese Frau benimmt sich immer wie eine Königin. Auf der anderen Seite kümmert sich eine Lobefrau immer um ihren Seelenverwandten, hilft ihrem Mann und berät sie in schwierigen Angelegenheiten. Aber wie jede starke Frau wird auch eine Lobefrau wollen, dass alle um sie herum gehorchen. Krebsfrau Herrisch, aber sanft Eine Krebsfrau wirkt freundlich, verletzlich und gefühlvoll. Tatsächlich ist sie herisch und lässt sich gerne gehorchen, aber für sie ist es schwer zu erreichen. Trotz einer Krebsfrau wird immer ein gewünschtes Geschenk, Kompliment, Lob von einem Mann bekommen. Eine Krebsfrau verbringt ihre Macht gut, aber sie hat sie in großen Mengen. Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Es hängt alles von der Erziehung ab und nicht nur vom Türkreiszeichen.